Pures Glück. Ein kleiner Schluck Glück. Ein kleiner Schluck pures Glück. Geh weiter. Jetzt warte ich auf die Katrin Stahl mit ihrer Kabein. Servus. 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 Das ist eine Schicksalskamba. Aber wie? Und du bist von da, oder? Ich komme sehr verriert. Und das Lustigste ist, direkt vor der Brauerei bei der Kirche auf dem Platz, habe ich ihn das erste Mal in meinem Leben kennengelernt. Ah, das war cool. Er ist mit einem Spätzl, mit einem Auto umeinander gefahren, mit einem Bierfass hinten drin. Und sind einfach über die Dörfer gefahren und geschaut, was los ist. Und ich bin daher gekommen mit zwölf Jahren und habe gesagt, was machst denn du da? Mit zwölf Jahren? Ja. Die waren ein bisschen älter. Schicksal. Ja, Schicksal. Er hatte damals schon andere Bands. Dann habe ich erst bei ihm Background gemacht. Und bei ihm. Und dann irgendwann, genau. Dann hat das Schicksal zugeschlagen und dann sind die anderen alle noch dazugekommen. Und jetzt kriegt man es nicht mehr los. Und jetzt spielen wir zusammen. Ja, freilich. Schicksalskombo. Die Schicksalskombo. Ja. Und jetzt spielen wir einen. Da hast du es im Griff, die Burschen. Meistens. Aber das ist schon schwierig. Ich wurde mal gefährlich krank, fing hämmer ins Spital. Der Herr Professor, der hochzackt, der dieser ernste Fall. Der ist so genau behandelt, wer ein richtiges Phänomen. Doch alles war doch mal sonst. Der hilft für Medizin. Bringt's mir an Storn, an Machtdruck her. Die Krankheit findet. Und schon geht's weiter. Einmal rundum um die Kahn aus Porzellan. Jetzt bin ich selbst da bei den Oberfranken. Die Stadt hat dem weißen Gold nicht bloß dem Brunner zum verdanken. Aber da wissen Sie ganz bestimmt, wo ich die richtige Teile für meinen Unterteller finde. Das geht mit ihm. Untertitelung. BR 2018